Mal richtig in den Krieg ziehen gegen den Gegner. Ich kämpfe lieber gegen den hier. Ja, ich würde auch gern gegen dich kämpfen. Also, die Bilder, die ich von dir im Magazin heute gesehen habe, also solche Bilder, die fand ich nicht schön. Also, die sollen sich jeder mal anschauen. Ich habe sie nicht gesehen. Na ja, dann nehmen wir deinen Kopf dann. Ja, das ist ziemlich provokativ, oder? Das ist ein Style.